Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wahrscheinlich, es scheint sich gerade für wahr zu bewahrheiten, Rainer Schaller, der McFit-Gründer, ist verstorben, ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, war mit seiner Lebensgefährtin, Partnerin und deren zwei Kindern unterwegs auf dem Weg nach Costa Rica, war ja zigfacher Millionär der Mann und war gerade sehr, sehr häufig eigentlich nur noch im Ausland unterwegs, so in Amerika, also in den USA. Und jetzt ist die Maschine abgestürzt und wie die Welt wiederum berichtet, heißt es hier, Leichen vor Costa Ricas Küste entdeckt, McFit-Gründer war mit an Bord. Und bei dem Rainer Schaller, wir haben in den letzten Livestreams, also im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr, sehr häufig über die Situation von McFit gesprochen, haben dann aber auch mal so ein bisschen in die Historie von Herrn Schaller geschaut und es ist eine kontrovers diskutierte Person, das muss man ganz klar sagen. Die Love Parade 2010, seht ihr, habe ich im Fenster hier auch auf, ist auch nochmal so ein Gedanke, den ich dann hatte, als er jetzt verstorben ist, der mir wieder hochkam. Und ich weiß noch ganz genau, es ist mir über zwölf Jahre her, was ich an diesem Tag gemacht habe. Mich hat dieser Tag auch stark geprägt. Traurig ist es, wenn wir gerade über die Situation der Love Parade sprechen, dass ja hier der Prozess mittlerweile eingestellt wurde. Nicht bezogen auf den Veranstalter, auf den Rainer Schaller, sondern auf die Kandidaten, die wirklich maßgeblich für das Sicherheitskonzept da verantwortlich waren. Und so empfinde ich das persönlich ganz, ganz traurig. Interessant war nämlich zu Lockdown-Zeiten, beispielsweise im Februar letzten Jahres, hatten wir darüber gesprochen, was McFit für Konzepte und Ideen hatte, um irgendwie weiter den Betrieb aufrechtzuerhalten. Weil man muss dazu wissen, ich glaube im Jahr 2020 war es, dass durch die Filialschließung ein Umsatzverlust von 31 Millionen Euro passiert ist bei McFit. Also wirklich eine ganz, ganz heftige Nummer. Ordnungsämter schließen weitere Outdoor-Gyms. Und selbst das wurde dem McFit verboten. Denn hier, er mal wieder, ne, liebes Karlchen. Und hier unten in den Kommentaren steht es auch direkt in einem Zitat. Nach dem Training würden Mitglieder möglicherweise miteinander sprechen. Aus solchen Gründen hat man dem McFit verboten, dann so ein Outdoor-Konzept weiter durchzuführen. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Zurückzukommen auf die Situation, was jetzt gerade ganz aktuell irgendwie vor zwei, drei Tagen, wird es wohl am Wochenende passiert sein, geschehen ist, sieht man hier einige Trümmerteile, die vor der Hafenstadt Limon mit Costa Rica gefunden und rausgefischt wurden aus dem Meer. Ja, also wirklich sehr bedrückende Situation, finde ich wirklich krass. Wenn ein Leben irgendwo verloren geht, genommen wird, das ist nie sinnvoll.